Ein paar Antiluft-Einheiten vielleicht noch? Bring on the pain! Wie viele sind's? 8.30 Uhr... Ja komm, das ist genug. Wir werden den Weg lighten. Ja? Ja... Wir hängen euch! Ich bin hier! Da hin! Harvester unter Attack! Na ja... Die Flammen hat's ja wachen doch schon hier. Wo fahrt ihr hin? Halt! Stopp! Wo wollt ihr hin? Ihr sammelt bitte... Ihr drei sammelt hier hinten. Er ist auch schon leer. Hm, ist ja doof. Reportieren. Jetzt kommt ihr nämlich mal hierher und reparieren die ganzen Jungs da hinten. Ist es Zeit? So, und ihr beratet euch hier durch. Lass mich an ihn! Dann können wir natürlich gleich auch noch hier heute hinstellen. Ready to burn! Ihr damit hin zum Unterstützen. Die hier verkaufen wir. So, ihr bleibt hier. Sichert mit ab. So, da stellen wir noch was hin. Nur du bitte. Ja, ja. Ja, ja. Äh, ha, 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 ha. Zack, das neue Team 1. Das hier ist jetzt Team 2. Ja, noch eine Minute ist natürlich zu wenig. Aber jetzt ist es so weit. Wie? 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 Was? Dahım? Ach so. Ja, ja. Das mir egal. Ach Mädels, ihr könnt ruhig mal ein bisschen aggressiver vorgehen hier. Das Ding mal wegpusten hier. So Ähm, ja So, ihr kommt jetzt mal Hierher Oh, ihr kommt Oh, das ist aber gefährlich, was ich jetzt mache Dann geht ihr mal hierher Hier lang bitte Hier außen lang, wir gehen nicht in die Base rein Obwohl doch, wir gehen in die Base rein Oh Oh man, ey, ihr solltet wegfahren Und nicht da mitten durch, ihr blöden Idioten Ah, okay Dann machen wir das jetzt so Die räuchern jetzt hier alles aus Wenn wir wieder Kraftwerke zerstören, dann können sie keine Luftwehrwaffen mehr feuern Sollte ich den noch wegmachen hier Die dreifachwerke und dann sollte hier eigentlich Ruhe im Karton sein Jawoll Jetzt machen wir erst mal die Einheiten weg Da ist noch ein Kraftwerk, dann spalten wir auch nochmal ab Den weg, den weg Auch wenn die Produktionsgebäude erledigt sind Das Kraftwerk hier oben auch nochmal weg Und dann sollte sich das erledigt haben Danach fahren wir gleich weiter zur nächsten Base Ich werde immer ein paar von diesen Luftabwehr-Buggies gebrauchen, ne? Na, ist egal, kommt, hört weiter Wir müssen mal eben zwei von diesen Von diesen, äh, hier nehmen wir doch mal die Buggies Komm, sobald unsere Jungs da drin sind Sobald unsere Jungs da drin sind, ähm Werden wir Diese Raketen-Buggies damit hinschicken Noch mal ein paar davon nach Jo, da sehe ich noch die Reitungszürme Und gehe ich nach Dann machen wir erst mal die Raketenkribbe weg Die sind nämlich gefährlich Oh, das ist ja, ist da auch noch einer Nicht ganz übersehen Oh, die wollen hier aber auf jeden Fall, äh, Sicherheit drin haben Raketenschufe müssen weg hier Alles ist Raketen, damit wir jetzt mal sterben Das Ding muss weg So, jetzt holen wir die Buggies rein Damit wir jetzt unsere Schmuk-Einheiten gleich abschließen können Wenn die denn da sind Ich will uns unser Panzer noch lange genug stehen Oh, fuck, ich muss hier aufräumen Da haben wir unsere Buggies, da habe ich keine Chance So, erstmal hier, hier auf die Luft einhalten Weg damit Alles, was Heli ist, muss erst mal sterben So, liegt hier noch irgendwas rum? Ich würde sagen, nein So, hier bräuchten die Jungs noch weg Der steht wieder auf der Schmuk-Einheit, das auch alleine da hinten direkt zu beraten So, gut Jetzt haben wir noch Äh, du stieg erst mal hier hin Und ihr habt ja versagt, leider Jetzt müssen wir umgelaufen So, jetzt müssen wir kurz die Stellung halten Und dann haben wir noch die Jungs oben So, hier kommt man da drücken Dann brauchen wir noch mal ein paar Panzer dazu Ich bin schon fast 20 Minuten dabei Viel zu viel Zeit gelassen habe Aber das macht nichts Jetzt hält ich das halt wieder in zwei Teile Ich werde dich coverieren So, jetzt werden jetzt reichlich die Panzer repariert So, jetzt werden jetzt reichlich die Panzer repariert Und dann können wir gleich mit der ganzen Truppe reinrücken Also deshalb, wir gehen erstmal hoch und, äh, machen das zu sich Ich bin hier Tag-Land weg Rollen So, jetzt werden wir raus Ist es Zeit? Na komm, auf geht's Lass mich an uns So, jetzt werden wir raus So, wir müssen sie hier unterstützen Wir müssen sie hier unterstützen Wir sind alle wieder repariert, richtig? Richtig, okay Töten wir raus Habe ich mich an uns Ich bin an uns Wir müssen uns eine Zeit Habe ich an uns Töten Lass mich an uns Damit wir nicht auf die Idee kommen Die Infanterie zu töten Wir werden nämlich noch gebraucht Ihr sollt weiter, 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 weiter Mensch, nicht stehen bleiben Begrüßung. Ja. So, geht doch. Ich hoffe, die Truppe reicht. So, ihr kommt hierher und aufstehen hier. So, ihr müsst irgendwie so einen Supertank hier wegmachen. Warum macht man hier ein bisschen Platz? Hier, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Es muss hier Platz gemacht werden. Und dann, äh, geht das. So, hier, da rein. Hier, sammeln. So. Ich bin hier. Ah, nur noch Verstärkung, und dann geht's los. Das hat dann lang genug gedauert. Ist es Zeit? Irgendwas gebrochen? So, wir werden erst mal die Jungs hier reparieren. Es sind genug Fahrzeuge da, und danach greifen wir an. Wir haben also immerhin zwei Ziele geschafft. In 15 Minuten ist das echt schwierig, ey. Hm. Naja, gut. So, hier kommt ihr hier. Was zum... Und ihr fahrt jetzt hier rein. Wir haben einen Weg. Motorpool, unter attack. So, dann brutzeln wir mal ein bisschen ordentlich rum hier. Erstmal den weg, bitte. Danke. Das Papu zerstören, bitte. Danke, dass wir es endet von euch. Genau mal ausradieren. Sag mal... Leute, echt jetzt? Hier haben wir vier Stück davon. Damit kommt hier. Schau mal ein Panzer rum. Motorpool unter attack. Motorpool unter attack. Motorpool unter attack. Mission complete. Fast 25 Minuten hat viel so lange gedauert. Aber das macht nichts. Und wir kriegen zwei Kraftwerke dazu, was natürlich super ist. Weil das ist ja das Problem mit dem Strom, das wir jetzt in den letzten Missionen hatten. Den haben wir leider nicht geschafft. Den tun wir uns später mal. Nächste Mission, Einschalter. Die Map kennen wir auch, leider. Wir müssen jetzt weiter. Hm. Was ist das? So, 20 Kraftwerke zerstören. Okay. Das werde ich ja wohl schaffen. Verlernen Sie keine verbündete Radarstation oder Tech-Labore. Aber oha. Das ist eine harte Nuss. Aber ob uns das gelingt, sehen wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Let's play Bad Armies. Bis dann.